Mach es einfach, 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 ja mach es einfach, mach es einfach. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Mein Name ist Ben Watara, ich bin High Performance und Mindset Coach und ich helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ihre Ziele zu erreichen, indem ich ihnen helfe, ihre mentalen und emotionalen Blockaden aufzulösen. Und ich möchte dich willkommen heißen zur ersten Episode in diesem neuen Jahr 2023. Ich wünsche dir einen machtvollen Start in das neue Jahr, aber auch einen machtvollen Start in die neue Woche, in diesen neuen Tag, in diese neue Stunde, in diese neue Minute und in diese neue Sekunde. Wir leben dieses Leben von Moment zu Moment, von Sekunde zu Sekunde, Minute zu Minute, Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wir müssen nicht auf ein bestimmtes Datum warten, um zu starten. Dennoch ist es ein sehr symbolisches Datum für viele Leute und man kann diese Energie für sich nutzen, um das symbolisch zu machen, um für sich einen neuen Start zu definieren. Aber egal, ob du jetzt den 1. Januar als symbolisches Datum siehst oder nicht, du wirst bestimmte Zustände in deinem Leben haben, die du verändern willst. Es gibt Bereiche deines Lebens, die du verbessern willst. Du willst mehr Geld verdienen, du willst vielleicht gesünder leben, du möchtest bessere Beziehungen haben, du möchtest Fähigkeiten verbessern, du möchtest Eigenschaften an dir verändern. Und du kannst regelmäßige Intervalle nutzen, um da zu messen. Unter anderem den 1. Januar. Und ich habe mal in einem Rap-Song von mir, den habe ich vor, ich glaube, 3, 4 Jahren geschrieben, Zurück in die Zukunft. Wo ich, der geht folgendermaßen, ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, denn das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft. Damals sagte ich jedes Silvester, das hier wird mein Jahr. Heute sage ich zu mir selbst täglich, das hier wird mein Tag. Das hier wird meine Stunde, meine Minute, meine Sekunde. Um mich daran zu erinnern, dass jeder Moment neu erschaffen werden kann. Jeden Moment, an dem du bewusst bist darüber, dass du gerade vom Weg abweichst und dich zurück in deine Mitte bringst, ist ein Neustart. Und das zu konditionieren und nicht zu denken, ich muss bis zum Ersten warten. Oder es ist ja egal, ob es der Erste des Jahres ist oder der Erste des Monats. Manche Leute sind am Freitag und sagen, ha, gut, ab Montag geht es wieder los. Und dann hat man immer dieses, man verkauft seinen jetzigen Moment für die Zukunft. Und das wird eine Gewohnheit. Und deswegen wollte ich nochmal diesen Anker bei dir setzen, jeden Moment als Neustart zu sehen, wenn du im Jetzt lebst. Und ich habe in der heutigen Episode eine besondere Ankündigung. Denn ich habe es schon in den letzten Episoden erwähnt, dass ich am Anfang des Jahres mein neues Projekt launche, das Sei es einfach Portal. Und es ist soweit. Seit gestern ist das Sei es einfach Portal verfügbar. Du kannst auf den Link in der Beschreibung klicken, um auf die Landingpage zu kommen. Da kannst du alle Informationen bekommen zu dem Portal, was es kostet, was es alles beinhaltet, welche Informationen du noch benötigst, die findest du auf dieser Webseite. Aber ich möchte wirklich diese Episode nutzen, um ein bisschen mehr über das Portal zu erzählen, dir zu erklären, wie ich das kreiert habe die letzten Wochen, warum ich es kreiert habe, für wen ich es kreiert habe, was du erwarten kannst im Portal und warum ich so begeistert bin, dieses Projekt jetzt zu launchen. Weil das ist wirklich etwas, was in den letzten Monaten entstanden ist, aber etwas, was in den letzten Jahren schon bei mir im Herzen war und ich meine im Prinzip über die letzten 17 Jahre entstanden ist, weil die Inhalte, die im Portal sind, habe ich mir jetzt nicht in den letzten drei Monaten ausgedacht und überlegt. Das war eigentlich mehr das Format. Aber ich habe über die letzten Jahre so viele Anfragen von Menschen bekommen, so viel Feedback von Menschen, sowohl Leute, die bei mir im Coaching waren, als auch Leute, die nicht bei mir im Coaching waren, mit sehr vielen Herausforderungen, sehr viele Probleme. Viele Menschen wissen, was zu tun ist und tun nicht, was sie wissen. Und das Motto von dem Podcast ist, mach es einfach und mach es einfach. Aber warum fällt es den meisten Leuten nicht, einfach zu machen? Weil sie sich selbst im Weg stehen. Weil sie sich selbst überwinden müssen. Immer wieder in eine alte Identität zurückfallen. Alte Muster zurückfallen. Entweder es gibt Sachen, die sie tun wollen und nicht in die Umsetzung kommen. Oder es gibt Sachen, die sie aufhören wollen zu tun und sie kommen immer wieder in diese Muster rein. Und ich kenne das allzu gut, weil ich persönlich diese Herausforderungen alle hatte. Und ich habe mich auf diese Reise begeben vor 17 Jahren, wo ich angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Psychologie zu beschäftigen, NLP zu beschäftigen und habe angefangen, diese ganzen Tools anzuwenden. Und ich habe viele Fehler gemacht. Ich musste mich durch sehr viel Material arbeiten. Ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich habe Workshops besichtigt. Ich habe viele Übungen gemacht und habe das praktiziert. Wieder und wieder und wieder. Sachen haben nicht funktioniert. Dann haben Sachen besser funktioniert. Dann habe ich bessere Tools gefunden. Dann habe ich eigene Tools entwickelt und sie weiterentwickelt. Und dann irgendwann habe ich für mich ein System gehabt. Dann habe ich angefangen, andere Menschen zu coachen. Und dann habe ich gemerkt, dass da auch teilweise bestimmte Limitierungen sind, die ich nicht kannte. Und habe weitere Tools entwickelt. Habe weiter recherchiert. Habe mehr und mehr und mehr studiert. Und ich habe die letzten Jahre den großen Fokus gelegt auf Selbstständige und Unternehmer. Und ich habe aber viele Menschen gehabt, die mich kontaktiert haben. Die mir gesagt haben, Ben, aber ich bin kein Unternehmer. Ich bin nicht selbstständig. Und ist das Coaching auch was für mich? Und die Coaching-Formate, die ich in der Vergangenheit hatte, waren nicht für jeden gedacht. Und das Seis-Einfach-Portal ist für jeden gedacht. Jeder Mensch, der an sich selbst arbeiten will. Jeder Mensch, der die Emotionen verstehen will, die ihm oder ihrem Weg stehen, in die Umsetzung kommen will mit Leichtigkeit. Eine neue Identität kreieren will. Einen neuen Seinszustand kreieren will. Weil das ist das Problem. Manche Leute wollen ein neues Ergebnis in ihrem Leben haben. Sagen, ich muss die Sachen tun, aber ich bin nicht der Typ von Mensch, der sowas macht. Und diese ganzen Bewertungen, dieses ganze, ich bin nicht der Typ von Mensch, das basiert alles auf Überzeugungen, die in deiner Vergangenheit liegen. Deine Geschichte. Ereignisse in deiner Kindheit, in deiner Jugend, die dich so geprägt haben, dass du dadurch angefangen hast, in eine bestimmte Richtung deines Lebens zu gehen. Und das ist nicht wirklich die Vergangenheit. Es sind Gedanken in deinem Kopf, die verankert sind in deinem Unterbewusstsein. Und ich habe dieses Wort Unterbewusstsein auch verändert in Oberbewusstsein, weil es eine so übergeordnete Position in unserem Leben hat. Das ist falsch, es ist Unterbewusstsein zu nennen. Es ist unbewusst, aber es ist oberbewusst. Es ist der Boss in deinem Leben. Diese Bereiche, die du nicht kennst, die du nicht siehst, die du manchmal spürst und fühlst, aber nicht analysieren kannst, sind am Steuer deines Lebens. Und diese nicht zu verstehen und dennoch den Weg weiterzugehen, ist fast schon, mir fällt nicht das richtige Wort ein. Es ist verrückt. Die meisten Menschen wissen es nicht besser. Deswegen fahren sie immer wieder gegen dieselbe Wand. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dann verändert sich alles. Und deswegen habe ich dieses Portal kreiert. Ich habe dieses Wort Sein mir angeguckt. Weil ich habe ja immer gesagt, mach es einfach, mach es einfach, mach es einfach, mach es einfach, mach es einfach. Und dann bin ich auf diesen Part gekommen mit Sein, Tun, Haben. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern als wer du tust, aus welcher Energie heraus du tust. Und Machen und Sein ist eins. Du kannst nicht sein, ohne zu tun. Das ist auch ein Prinzip, was ich erkläre im Portal. Aber wenn du etwas haben willst, ist es wichtig, als wer du tust, um das zu haben. Und deswegen ist das Prinzip nicht Sein, Tun, Haben, sondern Sein, Haben. Sein, Haben. Und ich habe mir dieses Wort Sein angeguckt und habe es runtergebrochen. S-E-I-N. Das S steht für Selbstbewusstsein. Das E steht für Energie und Emotion. Das I steht für Integrität. Und das N steht für Normalität und Natürlichkeit. Und ich werde mal ganz kurz darauf eingehen, weil das so wichtig ist. Der erste Part. Ich habe die ersten zwei Module im Sei es einfach Portal. Beschäftigen sich mit dem Thema Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein nicht im Sinne, wie die meisten Menschen das verstehen. Oh, jemand ist selbstbewusst, weil er in den Raum reinkommt und einfach eine positive Ausstrahlung hat. Sondern Selbstbewusstsein ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Weißt du eigentlich, wer du bist? Wie du geworden bist, wer du bist? Weil, wir reden von Persönlichkeit, Entwicklung. Und Leute denken immer, Entwicklung ist, sich zu etwas Neuem hin entwickeln. Aber wenn du dir das Wort entwickeln anguckst, entwickeln. Guck dir das Wort mal an. Es ist etwas, was eingewickelt ist, was wieder entwickelt wird. Also aufgewickelt wird. Es wird aufgewickelt, damit du rausfindest, was im Kern liegt von dem, was eingewickelt war. Zurück zur Essenz, zurück zum Kern, zurück zu dir. Du wirst nicht etwas anderes oder jemand anderes. Du kommst zurück zu deinem Ursprung. Wir waren alle kreativ. Wir waren alle lebensfroh. Wir waren alle liebenswert und haben geliebt. Wir haben alle angefangen, ohne Limitierung, bis bestimmte Situationen in unserem Leben, die wir falsch interpretiert haben, in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem Leben, dazu geführt haben, dass wir angefangen haben, zuzumachen. Und diese Identität, die wir jetzt als normal ansehen, kreiert haben. Und deswegen ist es so wichtig, ein Selbstbewusstsein zu kreieren. Weil wenn dir etwas bewusst ist, dann kannst du es verändern. Dann kannst du damit arbeiten. Wenn etwas unbewusst ist, dann kontrolliert es dein Leben und du glaubst, es ist ein Zufall. Und deswegen ist Selbstbewusstsein so wichtig. Deine Gedanken, deine Emotionen, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen. Alles, was du glaubst, was ein Fakt ist, sogar deine Vergangenheit, deine Geschichte, vieles davon ist nicht wirklich das, was passiert ist, sondern wie du es gespeichert hast, wie du es interpretiert hast. Alles, was du sagst, das kann ich, das kann ich nicht, das bin ich, das bin ich nicht. Das sind alles Entscheidungen. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann kann man anfangen, es aufzulösen, damit zu arbeiten. Und das ist Magie. Und deswegen ist das, was ich in dem Portal kreiert habe, ich nenne es die Alchemie des Seins. Alchemie ist ein magischer Prozess, wo man ein Element nimmt und es in ein neues Element verwandelt. Das ist Alchemie. Ja, es gibt, die Alchemiker haben damals versucht, so Kupfer in Gold zu verwandeln und haben einen Prozess gehabt, wo sie ein niedrigeres Element wie Kupfer genommen haben und es dann verwandelt haben in Gold. Und genau das kannst du auch machen mit deiner Identität und deswegen die Alchemie des Seins. Du brauchst aber die Elemente, die jetzt da sind. Und niemand, und das ist das Wichtige, niemand kann das machen, außer du selbst. Wer kennt dich besser als du? Niemand. Wer kennt deine Gedanken? Wer kennt deine Emotionen? Wer kennt alle Zustände, in denen du warst in deinem Leben? Nur du. Aber das ist das Problem. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie sogar ihre eigenen Emotionen und Gedanken nicht kennen, weil sie nicht diese emotionale Intelligenz haben. Und deswegen habe ich im Portal super viele Übungen eingebaut. Weil das ist nicht etwas, wo ich dir erkläre und du verstehst, wovon du... Nein, das ist eine Praxis. Ich habe ein Handbuch, ein Identitätskreationshandbuch erschaffen, wo du durch bestimmte Fragen, bestimmte Übungen durchgehst, um für dich selber erstmal ein Bewusstsein zu kreieren und es dann praktizieren kannst. Mit einem Ziel. Du willst ja nicht einfach so dich verändern, du willst ja bestimmte Ziele erreichen. Aber um diese Ziele zu erreichen, musst du eine bestimmte Identität nach vorne bringen, einen bestimmten Seinszustand nach vorne bringen. Dein zukünftiges Ich jetzt schon sein, das ist das Ziel. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich fünf Wochen lang in einem Hotel eingesperrt in Bangkok und habe die Inhalte gefilmt für das Portal. Und ich habe, während ich das gemacht habe, wirklich alles gechannelt, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, verarbeitet habe. Und ich habe teilweise neue Sachen entwickelt, neue Tools entwickelt. Ich habe neue Worte kreiert, weil es so wichtig ist, weil es gibt super viele Sachen, die du glaubst, du weißt es, du glaubst, du kennst es, weil du das Wort schon mal gehört hast. Und dadurch, dass ich neue Begriffe habe, neue Definitionen kreiert habe, kannst du dieselben Themen nochmal von einer neuen Perspektive beleuchten. Und das ist insgesamt, ich habe, das Projekt habe ich mit gemeinsamen Kollaborationen mit Calvin Hollywood. Er unterstützt mich beim Marketing, beim Personal Branding, beim Social Media, beim Aufbau von dem Ganzen. Und hat mich auch beraten bei dem Format, wie ich das Format kreiere. Also ich kenne niemanden, der so ein Boss ist, was Nummer eins Kurskreation angeht. Ich kenne niemanden, der selber so viele Kurse kreiert hat. Ich glaube, der hat über 150 Kurse kreiert in seiner Karriere und gelauncht. Und er ist ein Launchmaster. Und deswegen habe ich mit Calvin gesprochen letztes Jahr und ihm gesagt, ey Calvin, ich habe Bock, ein neues Format zu kreieren. Ich möchte mehr Menschen erreichen. Ich möchte nicht nur etwas machen für Selbstständige und Unternehmer. Und ich möchte wirklich so auf das Fundament eingehen, die Basis eingehen. Und dann hat er, weil ich halt, ich habe mit Calvin schon in der Vergangenheit, wir sind Best Friends und wir verbringen viel Zeit miteinander. Und wir waren auch sehr oft wandern. Und ich habe halt Calvin sehr viele von meinen Tools schon vorgestellt. Dann hat mir jemand gesagt, ey Ben, das Machtvollste, was du mir bis jetzt gesagt hast, ist dieses Sein, To Be. Nicht eine To-Do-Liste haben, eine To-Be-Liste haben. Diesen Sein-Zustand, diese Energie von innen kreieren, neue Identität kreieren. Das ist so machtvoll. Und bitte mach was dazu. Ich will das selbst konsumieren. Und Calvin, ich habe den Kurs fertig gemacht. Und Calvin ist der Erste, der den Kurs bekommen hat und ihn durchgearbeitet hat. Er ist noch nicht ganz durch, aber er ist schon fast durch. Weil er hat den Zugang bekommen, sobald alle Videos waren hochgeladen, dann hat Calvin angefangen damit. Aber er hat mich halt unterstützt. Und er hat mir geraten, am Anfang hat er mir gesagt, Ben, so ein Kurs, normalerweise macht das so fünf bis sechs Stunden Inhalt. Und beim ersten Check waren es 13 Stunden. Und er hat gesagt, Ben, so viel Content. Und der hat den Kurs durchgearbeitet. Und er hat gesagt, Ben, ich bin echt froh. Ich bin echt froh, dass du nicht fünf bis sechs Stunden gemacht hast, sondern mehr. Weil dieses Thema benötigt einfach diese Tiefe. Und er hat den Kurs ja durchgearbeitet und arbeitet immer noch durch. Und sagt, Ben, ich freue mich so sehr, dass es so viel Content gibt. Und ich habe sogar noch Bonus-Content gefilmt. Weil das ist das Interessante. Ich habe nämlich mich auf die fundamentalen Prinzipien des Seins fokussiert. Aber es gibt so viele Themen, die natürlich noch hinzukommen. Und es heißt das Portal, weil es ist nicht ein Videokurs. Es ist nicht ein Videokurs. Das heißt, du kommst da rein und hast den Seis-einfach-Kurs. Aber du bist in einem Portal. Das heißt, Nummer eins, es ist dauerhaft. Es ist nicht etwas, was nach zwei, drei Monaten zu Ende ist. Es ist dauerhaft. Es gibt jeden Monat Online-Meetings, wo ich einen Zoom-Call habe. Wo ich neue Inhalte share. Wo ich meine Erfahrungen nochmal reinbringe. Wo ich auf Punkte eingehe, die noch unklar sind. Und das geht dauerhaft. Das heißt, die nächsten Jahre begleite ich deine Journey. Und du begleitest meine Journey. Weil das ist auch ein wichtiger Aspekt. Diese ganzen Tools, die ich coache, das sind nicht Sachen, die man mal gehört hat. Dann hat man sie verstanden. Das sind Werkzeuge, die man jeden Tag benutzt. Regelmäßig anwendet. Ich nutze diese Tools immer noch. Und ich bearbeite sie immer noch. Und vor allen Dingen, ich habe das auch so gemacht, dass du das zu deinem Ding machst. Du sollst nicht mich kopieren. Ich gebe dir den Impuls. Aber du hast die Möglichkeit, das zu verändern und das zu deinem zu machen. Deswegen habe ich auch viele verschiedene Optionen gegeben. Und ich habe einen Bonusbereich kreiert. Und in diesem Bonusbereich kommt neuer Content raus. Das heißt, ich werde keine neuen Kurse rausbringen. Sondern wenn du einmal im Portal bist, du bezahlst, bist im Portal und profitierst von allem, was in der Zukunft rauskommt. Und das Portal, der Launchpreis jetzt gerade liegt bei 3.000 Euro. Und ich habe den Launch, der geht jetzt bis zum 7. Januar. Bis zum 7. Januar ist der Launch. Und nach dem 7. geht der Preis auf 3.500 Euro. Und es kann sogar sein, je nachdem, wie viele Leute sich anmelden. Weil es haben sich viele Leute im Pre-Launch schon angemeldet. Je nachdem, wie viele Leute sich jetzt noch anmelden, diese Woche, kann es sein, dass ich erstmal die Anmeldung schließe. Aber das ist nicht garantiert. Aber auf jeden Fall wird der Preis nach oben gehen. Und das ist jetzt der Preis am Anfang. Weil irgendwann wird das Portal bei 7.500 Euro oder mehr liegen. Weil alleine der Bonusbereich wird so wachsen. Ich habe jetzt schon Ideen von Content, den ich jetzt filmen will, der eigentlich wie ein neuer Minikurs sein könnte, der in den Bonusbereich reinkommt. Ich werde mit anderen Menschen gemeinsam Content kreieren. Calvin Hollywood wird der Erste sein. Aber ich habe viele Leute in meinem Netzwerk, mit denen ich nochmal, die Experten sind in bestimmten Bereichen, wo ich jetzt nicht Experte bin, die mich teilweise auch coachen, die aber einen sehr großen Mehrwert für dich bringen werden. Und deswegen, um in diesem Kontext von sein, dich selber in diesen Zustand reinzubringen, den du haben willst. Und deswegen werde ich mit anderen Leuten, die ich in den nächsten Jahren kennenlerne oder Leute, die ich schon kenne, mit denen ich in bestimmte Themen reingehe, Content nochmal kreieren und in diesen Bonusbereich reingehen. Das heißt, das Portal wächst und das ist der Zugang zu allem, was ich in der Zukunft kreieren werde. Und dann natürlich, das kommt aber noch später, dazu werde ich noch später was erzählen, dass man dann noch die Möglichkeit hat, zu Live-Events zu kommen. Aber das ist etwas für einen späteren Part. Und ich habe natürlich das Zwölf-Wochen-Journal mit als Teil vom Portal, weil das sei es einfach ein Portal, der Fokus ist jetzt nicht auf Routinen und Struktur und Organisation. Aber Routinen, Struktur und Organisation sind wichtig. Wenn du kein klares Ziel hast, wenn du das nicht runterbrechen kannst, wenn du nicht, ja, dann hast du auch kein richtiges Umfeld, in dem du deine Identität ausfalten kannst, in dem du diesen neuen Seinszustand reinbringen kannst. Vielleicht ist sogar dein Ziel, dass du sagst, ich möchte mein Business aufs nächste Level bringen und ich muss strukturierter werden und ich will diese Identität haben von jemand, der selbstbewusster ist, pünktlicher ist, energetisch nach vorne geht, nicht prokrastiniert, nicht diese Angst hat. Ich möchte mehr Selbstvertrauen nach vorne bringen und deswegen ist es so wichtig, dass ich natürlich auch auf diese Punkte eingehe. Und ich habe jetzt schon einen Kurs im Bonusteil drin, wo ich alle Prinzipien erkläre für Strukturen, Routinen und Zeitmanagement. Und es werden mehr kommen. Und deswegen, für mich ist das Portal ein Traum. Wirklich, ich habe das Projekt kreiert, was ich mir gewünscht hätte, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit diesen ganzen Sachen. Also hätte es das gegeben damals, hätte ich mir sehr viel Geld und sehr viel Zeit gespart. Weil ich habe hunderte von Büchern gelesen und von Workshops und von Kursen durchgemacht. Und viele waren auch nicht so gut. Aber immer wieder habe ich hier und da ein paar Nuggets mitbekommen. Und ich werde auch in dem Bonuspart endlich Buchtipps, ich werde Empfehlungen geben von Büchern, von Content, den ich konsumiert habe, der mir geholfen hat. Und werde da auch einen Bereich haben. Wir haben natürlich auch einen Community-Bereich, wo alle Mitglieder miteinander kommunizieren können und sich austauschen können und so weiter und so fort. Aber da werde ich auch nochmal einiges teilen. Aber ich habe sehr viel rumsuchen müssen und rumexperimentieren müssen und es hat sehr lange gedauert, bis ich die Ergebnisse bekommen habe. Ich meine, ich habe das jetzt schon in den letzten Jahren gesehen bei den Menschen, die ich gecoacht habe in Circle of Power und den anderen Formaten, die ich hatte. Wie schnell, teilweise in zwei, drei Monaten, Menschen in die... Also ich habe Leute, die so dieses, ja, ich traue mich nicht, Menschen anzusprechen und ich bin auf Events und ich bin da im Hintergrund und ich will eigentlich mit meinem neuen Ding starten. Aber ich traue mich nicht, auf Leute zuzugehen und innerhalb von zwei Monaten so Berichte von, ja, ich habe fünf neue Aufträge und ich traue mich. Ich war jetzt am Wochenende, war ich irgendwo und ich habe mit 30 Leuten kontaktiert, ich gehe auf Menschen zu und ich fühle mich ganz anders und ich habe eine ganz andere Energie. Ich bin schon jemand, ich fühle mich, als wäre ich jemand anders und innerhalb von zwei Monaten, wo ich mir denke, hey, ich habe teilweise zwei Jahre gebraucht, bis ich solche Fortschritte gemacht habe damals. Da ist manchmal, ich will nicht sagen Eifersucht, aber schon manchmal, wo ich mir denke, wow, dieses Glück, was wir haben in der Zeit, in der wir leben, solche Formate zu kreieren, an solche Informationen zu kommen. Und das ist für mich auch ein Teil, der sehr wichtig ist, weil ich habe, auch wenn ich lange gebraucht habe und viele Quellen und mehrere Jahre gebraucht habe, bis ich an bestimmte Punkte gekommen bin, bin ich dennoch so dankbar, dass es diese Information da draußen gibt, dass ich diese Information gefunden habe. Ich sage ganz ehrlich, ich habe die meisten Sachen auf Englisch, es gibt nicht so viel auf Deutsch. Zu diesem Thema, seien Identitätskreationstechniken und so, habe ich nichts auf Deutsch gefunden. Und sogar auf Englisch gibt es nichts spezifisch zu diesem Thema. Es gibt hier und da ein paar Sachen, die in die Richtung gehen, aber ich habe vieles kombiniert. Und deswegen, das war für mich auch so eine Art Zurückgeben, weil ich sehr dankbar bin, dass es Menschen gibt, die da draußen so dieses Wissen und diese Informationen geteilt haben, in Formate gepackt haben, dass ich in der Lage war, davon zu lernen, weil ich wäre von alleine niemals an diesen Punkt gekommen, wo ich jetzt bin. Unmöglich. Alles, was ich mache, ist, baut auf den Rücken auf von anderen Menschen. Und deswegen, es gibt manche Leute, die sind Coaches, die auch zu mir ins Coaching kommen und die viele von meinen Tools nutzen und es dann anderen weiterbringen und weitergeben. Und Calvin hat auch schon gesagt, Ben, ich werde einige Sachen von dir klauen und das bei mir in den Coachings machen. Und ich sage, ja, gerne, gerne, weil ich habe viele von den Sachen nicht erfunden. Ich habe Sachen weiterentwickelt und ein paar Sachen habe ich auch erfunden, aber das meiste, das basiert ja auf Prinzipien von Psychologie, von wie wir Menschen funktionieren. Wir sind alle Unikate, aber wir sind nicht so unterschiedlich. Und deswegen ist es, ja, wenn man damit arbeitet, wird man sehr schnell verstehen, dass das sind so, ja, das sind einfach fundamentale Prinzipien, die in vielen verschiedenen Bereichen auch genutzt werden. Aber nicht in so gebündelter Form. Du wirst das, was ich da kreiert habe, so nirgendwo finden. Du wirst es nirgendwo finden. Außer jemand geht jetzt das Portal durch und kopiert das eins zu eins, was ich gemacht habe, aber da habe ich keine Sorge. Und was auch noch cool ist, ich habe, weil ich wollte das nicht so als eine so trockene Erfahrung machen, weil es ist schon interaktiv. Natürlich, du hast viele Übungen, aber ich wollte auch viel von dem, weil alle Übungen, die ich share, alle Sachen, die ich teile, die habe ich selbst genutzt. Und die nutze ich immer noch selbst. Und deswegen habe ich zu dem Portal, und das ist auch etwas, wo ich jetzt auch noch mehr zu aufnehme, so eine Art Audio-Reise. Ich nenne es Mixtape. Ich habe nämlich, ja, an mehreren Stellen einfach, sowas wie Storytime mit Ben Watara, so wie ein Podcast so ein bisschen, dass ich so aus einer bestimmten Phase meines Lebens so erzähle, wie ich diese Übung oder dieses Prinzip für mich genutzt habe. Und erzähle dann so eine Story, wo ich in Dubai war und obdachlos war und das und das auf die und die Art genutzt habe. Oder wo ich als Jugendlicher Angst hatte, was andere Leute bei mich gedacht haben, Angst hatte, Frauen anzusprechen, Angst hatte, meine Meinungen zu sagen und mich zurückgezogen habe und mich nicht getraut habe, nach draußen zu gehen. Wie ich als Coach mein Business aufgebaut habe. Wie ich da rangegangen bin. Wie ich diese neuen Identitäten in meinem Leben kreiert habe. Weil ich habe diese Version von mir, die ich jetzt bin, kreiert. Bewusst. Das ist nicht aus Zufall passiert, weil wir könnten natürlich in unserem Leben, gehen wir durch verschiedene Phasen. Du brauchst nur ein neues Land zu ziehen, du kündigst deinen Job und wirst selbstständig oder du wirst Vater oder Mutter oder jemand Wichtiges in deinem Leben stirbt oder es gibt ein bestimmtes Trauma in deinem Leben. Du wirst danach wahrscheinlich nicht mehr dieselbe Person sein, die du davor warst. Manchmal ist die Veränderung positiv, manchmal ist sie negativ, aber wir verändern uns allgemein. Aber es ist oft nicht bewusst. Und du denkst, ja, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, Leute, die dich kannten von damals, können sagen, du hast dich verändert. Aber es ist nicht unbedingt bewusst. Ich habe diese Sachen bewusst gemacht. Und deswegen kann ich mich gut daran erinnern. Und ich gehe da rein und ich habe dann so Audio-Reisen, wo ich sage, ey, im Coaching, mach mal hier eine Pause. Ich habe hier so ein Audio-Tape, lad dir das runter, nimm das mal mit. Wenn du spazieren gehst oder im Auto, hör dir das an. Wir verbringen eine halbe Stunde miteinander und ich erzähle dir eine Story. Und dann geht das Coaching weiter. Und dann habe ich wieder eine kleine Audio-Reise und dann geht es wieder weiter. Und ich habe so angefangen, mit solchen Sachen ein bisschen zu spielen und da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Und du wirst mich auf jeden Fall noch besser kennenlernen in diesem Programm. Und ja, ich gebe sehr viele Blicke hinter die Kulissen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und es hilft auch, vor allen Dingen, wenn man als Coach Vulnerabilität zeigt. Dass ich auch zeige, ja, die Momente, wo es mir nicht leicht fiel, wo ich gezweifelt habe, wo ich Sachen ausprobiert habe, die nicht direkt geklappt haben. Weil, das ist wichtig. Das Portal ist eine Plattform, du kannst es sehen wie ein Gym. Wenn du dich anmeldest in einem Fitnessstudio und du kannst einen Personal Trainer haben, du kannst die ganzen Maschinen haben, du kannst das beste Equipment der Welt haben. Aber du musst trotzdem trainieren. Wenn du nicht trainierst, bringt das beste Equipment der Welt, das beste Gym der Welt gar nichts. Wissen ist nicht Macht, nur Machen ist Macht. Und deswegen habe ich es so aufgebaut, dass du die Möglichkeit hast, zu trainieren, zu üben. Deswegen ist es auch ein dauerhaftes Portal. Es ist nicht etwas, was du in zwei Monaten machst und hast die Inhalte durchgeguckt und sagst, ja, jetzt weiß ich, was lerne ich als nächstes. Nein, wir arbeiten dann damit und gehen da regelmäßig rein. Alright? So, deswegen, ey, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann schlag jetzt zu. Du hast noch eine Woche Zeit, das Portal, der Launchpreis ist da für die nächsten sieben Tage und danach, wie gesagt, je nachdem, wie viele Leute sich anmelden, kann es sein, dass ich es erstmal schließe und später wieder aufmache. Aber auf jeden Fall wird der Preis angehoben und das Portal wird auf jeden Fall die nächsten Jahre da sein. Und, das habe ich total vergessen zu erwähnen, es gibt auch eine Ratenzahlung. Das heißt, du hast die Möglichkeit, weil mich haben viele Leute in der Vergangenheit gefragt, es gab kein Projekt, es gibt kein Projekt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, wo du unter 3.000 Euro als einmalige Zahlung oder danach 6.000 Euro oder 9.000 Euro reinkommen konntest. So, und jetzt das Portal, es liegt gerade bei 3.000 Euro und du hast die Möglichkeit, schon mit einer zwölfmonatigen Ratenzahlung für 250 Euro dabei zu sein. Und du kannst entweder einmalig, drei Monate, sechs Monate und zwölf Monate, das ist im Moment die Möglichkeit, dass du sagst, ey, wenn du wirklich dabei sein willst, weil viele Leute haben mir gesagt, ja Ben, ich würde super gerne zu dir ins Coaching, aber ich kann es mir nicht leisten, 6.000 Euro ist ein bisschen viel. Aber jetzt, die Inhalte, die du da lernst, werden dein Leben verändern. Und jetzt ist die Frage, ob du bereit bist, in diese Transformation zu gehen. Und vor allen Dingen für den Start des Jahres. Deswegen wollte ich den 1. Januar, habe ich als Launch-Startung genommen, um die Möglichkeit zu bieten, in das neue Jahr zu steigen, mit einem neuen Seinszustand, mit einer neuen Identität. Und ich bin schon so aufgeregt auf diese Reise, weil es wird eine Reise, auch für mich. Das ist eine komplette Veränderung. Ich habe meine ganzen anderen Programme geschlossen. Der Circle of Power, meine Master-Up, alle Formate, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, sind jetzt erstmal vorübergehend geschlossen. Es kann sein, dass ich nochmal ein, sagen wir mal, irgendwie so drei Monate einmal den Circle of Power anbiete, aber im Moment wird es nicht mehr möglich sein. Das heißt, es gibt keine Power-Calls mehr, es gibt keine anderen Formate mehr. Meine komplette Aufmerksamkeit geht auf das Portal und die Leute, die im Portal sind. Und da wird es sehr viel geben, was noch reinkommt. Das heißt, alle Leute, die jetzt schon im Portal sind, weil ich habe ja einen Pre-Launch gehabt, da sind schon einige Menschen, die sich angemeldet haben. Vielen, vielen Dank erstmal für alle Leute, die reingekommen sind, für das Vertrauen, weil es gab noch keine Webseite, es gab noch keine Beweise, es gibt keine Testimonials. Niemand weiß wirklich, was im Portal ist, aber es haben sich dennoch schon so viele Menschen angemeldet und deswegen will ich mich bedanken. Und wenn du das jetzt hörst und du hast dich schon angemeldet, du kannst dich darauf gefasst machen, dass noch einiges, einiges kommt. Es gibt noch Bereiche im Portal, die sind noch leer, da ist noch nichts drin, im Bonusbereich zum Beispiel, aber da wird mehr kommen. Du wirst nicht ein anderes Programm brauchen oder hier rein, da rein. Alle Leute, die jetzt reinkommen, zahlen den jetzigen Preis und es kommen keine weiteren Kosten auf dich zu. Außer wir kommen irgendwann zu einem Event, wenn du ein Live-Event hast, so die werden, das sind separat, das ist nicht Teil davon. Aber es werden nur Leute, die im Portal sind, die Möglichkeit haben, zu diesen Live-Events zu kommen. Das ist aber ein anderes Thema, darauf werde ich vielleicht ein anderes Mal eingehen. Aber ich wollte dir das jetzt erstmal wirklich, einmal wirklich komplett erklären, was das Portal ist. Das sei es einfach Portal für jeden, der dann irgendwelche Fragen hat. Den kann ich dann auf diese Podcast-Folge schicken. Wenn du dann noch mehr Informationen haben willst, wie gesagt, klick auf den Link in der Beschreibung. Da kommst du auf die Landingpage, da bekommst du mehr Informationen. Und ich freue mich schon so sehr für jeden Einzelnen, der in das Portal kommt, dass wir da gemeinsam in eine Identitätskreation reingehen, um eine neue Realität zu manifestieren. Aber sei dir bewusst, es ist ein Gym. Es ist eine Plattform, wo du trainieren wirst, wo du üben wirst. Es geht nicht nur darum, Sachen intellektuell zu verstehen. Denn Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach und mach es einfach. Und wenn guys boatig und mag es einfach. Vielen Dank.